heute startet der blog mal in der city stars mall das ist ein riesiges einkaufszentrum östlich von kairo man fährt mit dem uber von meinem hotel aus ja circa 50 minuten und zahlt dafür 160 ägyptische fund was aktuell circa fünf euro sind das einkaufszentrum selbst ist sehr europäisch gehalten also kein vergleich zum halili bazaar oder zur innenstadt die ich vorher gezeigt habe am eingang gibt es wie fast überall eine kurze taschenkontrolle und dann kann man sich auf dem riesigen gelände frei bewegen die mall erinnerte mich dabei stark an das zentro in oberhausen oder auch die europa passage in hamburg trotzdem hat die mall hier einen eigenen charme und ist auf jeden fall ja viel viel größer und dadurch auch ein bisschen unübersichtlicher also leute mit orientierungsschwierigkeiten ja könnten hier echt probleme bekommen es geht halt häufig hoch und runter um in die verschiedenen abteilungen überhaupt zu kommen trotzdem fand ich die mall super interessant und das war morgens auch nicht ganz so voll wie auch im video sehen könnt in der mall selbst gibt es dann alles was das herz begehrt von klamotten über elektroartikel wie handy fernseher etc bis hin zu möbeln und kleineren geschenken ist hier wirklich alles vorhanden nachdem ich das video dann irgendwann beendet habe habe ich mir die einzelnen läden noch näher angesehen also vor allem klamottenläden und elektrogeschäfte bei den klamotten ist das preislevel mindestens mal 20 prozent über dem was ihr in deutschland zum beispiel für einen markenpullover oder für eine markenhose zahlen würdet was mich allerdings gewundert hat oder zumindest positiv überrascht hat war dass die hier die aktuellsten kollektionen haben also ich bin wie gesagt kein so krasser markenfreak aber man konnte alle artikel eins zu eins googeln und das hätte ich nicht gedacht ich hätte gedacht dass die so ein halbes jahr oder ein ganzes jahr hinterher hängen bei elektroartikeln geht es vom preis her echt also manches ist ja halt teurer als bei uns wieder so um die 10 20 prozent es gibt aber auch vieles was genauso 10 20 prozent günstiger ist als bei uns gerade elektro großgeräte sind hier definitiv auch günstiger als bei uns also kühlschränke fernseher oder waschmaschinen spülmaschinen etc also wer ein bisschen flanieren möchte und auch der hektik von draußen so ein bisschen entkommen möchte der ist hier perfekt aufgehoben dass man hier etwas mehr zahlt ist denke ich auch den meisten vorher schon klar gewesen einen kleinen abstecher kann man meiner meinung nach aber trotzdem hierher ruhig mal machen vorausgesetzt natürlich man hat genug zeit in kairo zur verfügung ich denke mal die mall ist eher für leute interessant die wirklich ein paar tage in kairo bleiben oder so einen typischen städttritt von deutschland aus für drei vier tage machen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020